Moin Moin und willkommen zur 183. Folge The British Forces. Wir spielen USA, wir spielen 3v3 und zwar zusammen mit zwei Briten und zwar Longhorn und Petrovic 34 Russ und wir spielen gegen dreimal OKW, Applewater, Esteban de la Sexmonstro, das ist ein geiler Name übrigens, und Koteiko. Ja, das sind unsere drei Gegners und der eine Brite hat es schon genommen, Spezialwaffenregiment. Need und so, Need und so. Naja, wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir unten hinkommen. Wir müssen ihn unten mit unterstützen. An das geht das nicht. Hallo, Karte, danke. Bisschen Sicht wäre schön. So, dann schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal richtig gespannt, ob das hier irgendwie so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Okay. Gucken wir mal. Da ist der Gewehrtrupp. Auf jeden Fall schon mal an der richtigen Spawnseite. Das ist gut. Ja. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Also was wir auf jeden Fall wissen ist, dass der Britta ja eigentlich ein bisschen länger braucht. Dementsprechend wäre das echt gut, wenn wir hier schnell und früh bei ihm unterstützen. Ah, Treibstoffporn. Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass wir durchkommen, aber, ne? Komm, 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 komm. Na, wobei, Krankenwagen wäre, glaube ich, sogar schon fast geiler da. Universalträger. Hm. Könnte eventuell die falsche Entscheidung sein. Ah, genau so wie wir hier. Das ist definitiv die falsche Entscheidung. Das bringt nichts dagegen anzugehen. Scheiß drauf. Wir versuchen wenigstens dann hier das zu bekommen. Können uns nicht auf beide Seiten konzentrieren. Das geht einfach nicht. Ah, kommt man da ran. Hier auch. Hier geht auf Grube 5. So, schießt, schießt, schießt. Ihr nehmt das schon mal ein. Das ist gut. Einnehmen, dann weiter. Und dann müssen wir auch noch mal gucken, dass wir uns irgendwie in der Mitte breit machen. Der braucht auf jeden Fall Heilung. Mitte, 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 Mitte. Ab durch die Mitte. Da müssen wir auf jeden Fall noch was gucken. Das geht doch nicht. Holen wir uns noch einen Trupp? Ja. Wir holen uns noch einen Trupp. Kranken, nein. Da war doch der Krankenwagen gerade. Hm. Damn it. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Das hat er besser haben können. Und jetzt schon Bewaffnung? Nein. Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen. Die Fokussen. Die Fokussen. Die Fokussen übel. Oh, du hast ihn geblockt. Danke. Och, Junge. Was soll denn der Scheiß? Das war eine dumme Aktion. Oh. Danke für den Block, sag ich da nur. Ah, ärgert mich das. Da hat man extra schon einen Krankenwagen rangeholt. Wegen so einer Aktion, weißt du? Ah, Mann, ey. Das war dumm. Das war richtig dumm. Absolut unnötig. Nerf. Grummel, grummel, grummel. Da ist man schon extra vorsichtig und alles. Und dann kommt sowas bei rum, ne? Oh, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Was, wie, wo, wann? Da sind auch noch welche. Ja, ist okay. Müssen wir uns mal kurz sammeln. Die mal kurz hier wegjagen. Doch nicht. Und nochmal ein bisschen Heilung mitnehmen, wenn wir das schon können. Zack, 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 zack. Ah, Bewaffnung. Für das nächste Mal. Für die nächste Rutsche. So, gucken wir mal. Hier rum. Da sind sie doch schon. Und da wollen sie uns von hinten haben. Ist okay. Ist okay. Komm mal ruhig ran, ich hab dich schon wahrgenommen. So ist es nicht. So. So ist es nicht. Was? Bewegt euch. Bewegt euch. Genau. So, Krankenwagen, komm mal ran. Du, 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 du. Geht mal eben hier rein. So. Hallo? So, geht da schon. So. Ja, passt doch. So, jetzt können wir uns hier nämlich gemütlich aufrüsten. Und den Lieutenant holen. Weil ich ja eigentlich doch ganz gerne nochmal Bewaffnung mitnehmen würde. Hm. Aber trotzdem schon wieder irgendwie ein komisches Spiel. Das ist irgendwie im Moment so ein allgemeines Problem. Also das ist jetzt schon wieder Nummer drei, was ich mache. Ja. Mir doch egal. Und da kann ich nur zu sagen, naja, letzten Endes ist es immer irgendwie nicht zustande gekommen, weil, keine Ahnung, einmal deswegen, einmal deswegen. Also immer wegen irgendwelchen anderen Gründen. Das weiß ich, einer ist zu früh raus oder, ne? Da wollen sie schon aufgeben. Okay. Granate. Ja, ja. Ja, ja, du mich auch. Ich will ihn da jetzt nicht echt wegfokussen, oder? Nee. Jetzt wird gleich noch eine Granate kommen. Na? Keine Granate? Okay. 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 Interessant. Eine Granate. Na gut. Ja gut, den Treibstoffpunkt werden wir jetzt so nicht bekommen. Die wollten auch schon aufgeben. Ja, was soll man dazu sagen? Da kann man nicht viel zu sagen. Außer so ist das halt. Da kommen sie schon wieder. Hm. Eigentlich könnten wir mal wirklich die Granaten erforschen. Vor allem, wenn sie jetzt anfangen hier mit, mit so einem Scheiß. Hm. Na ja, erstmal ballern wir sie von hier oben. Dum, dum, dum. Schießt sie weg, schießt sie weg. Habt euren Spaß. Hm. Ich bin jetzt gerade echt überlegen, ob wir vielleicht nochmal ein MG holen. Der eine hat ja einen MG genommen. Also die Befestigungsdoktrin. Aber was bräuchten eigentlich mal vor allen Dingen die Granaten? Das wären wir halt pornös. So, ihr geht mal eben oben rum. Während ihr unten rum geht. So. Seid ihr da? Da lang bitte. Und ihr. Fahr mal unten lang bitte. Ah, meinetwegen auch so. Ist okay. Ach, da sind sie ja schon. Die Spacken. Aua. Aua, 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 Aua. Ah, vielleicht sollten wir uns nochmal verziehen. Und die sollten mal langsam nachrücken hier. Okay, wir sollten mal abhauen. Das wäre nicht optimal gelaufen. Okay, jetzt müssen wir uns nochmal aufteilen. Äh, nee, ich glaube, das schaffen wir so nicht. Ah, nee. Das wird lex. Na gut. Na gut, soll er seinen Treibstoffpunkt behalten. Ist in Ordnung. Das sind eigentlich unsere... Oh. Die haben da vorne eigentlich gar nichts zu suchen. Äh, Munition. Treibstoff, Treibstoff. Munition bräuchten wir, glaube ich, gar nicht. Ah, schön. Finde ich gut, dass sie da oben sich nochmal ein bisschen gefangen haben. Es ist auch noch keiner raus. Das heißt, das Spiel ist so noch nicht rum. Mal kurz drehen, dass der da auch schnell verschwinden kann gleich. So, einmal das. Ja, wir nehmen Vollbewaffnung mit. Ab nach vorne. Bop, 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 bop. Einmal den, einmal den. Einmal nach vorne. Volltanken, bitte. Einmal den, einmal den. Und ab nach vorne. Ah, jetzt wird er ihn da unten ein bisschen unter Druck setzen. Aber wir können gerade nicht. Wir sind komplett zurückgetrieben. Wir könnten natürlich hier einfach mal den machen. Ähm. Den machen. So. Einmal alle nachtanken, bitte. Wo ist er? Er ist noch am Laufen. Okay, das ist natürlich jetzt auch ganz nett. Das ist natürlich auch ganz nett. Aber möchte ich jetzt gerade noch gar nicht ausnutzen. Oh, wir haben sogar noch Munition über. Cool, cool, cool. Können wir ja sogar wirklich nochmal gucken, dass wir irgendwie den zweiten Bunker irgendwo setzen. Jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir hier nochmal dem unter Stützung gewähren. Im Süden. Aber das gefällt mir nicht. Ihr seid mir ein bisschen zu nah beieinander. Schon besser. Schon besser. Okay. Er gammelt da hinten rum. Mal hier so hin. Und dann da lang laufen. Okay, da sind sie schon. Da sahen sie schon. Nein, unten rum. Genau deswegen wollte ich manuell steuern. So richtig gesehen hat er das nicht. Kann das sein? Okay. Da hat er eine Bombe gehabt. Na, egal. So what, sag ich da nur. Schicken wir den einen Crop nochmal eben zurück. Hier stehen wir ein bisschen ungünstig. Granaten haben wir auch noch nicht mitgenommen, was auch blöd ist. Aber wir müssen auch mal ein bisschen fokussen. Okay. Das tut dann doch weh. Vor allem werden wir dann hier so zwei Gegner bekommen. Na gut. Hauen wir uns den Ranger nochmal ran. Auch nicht das Ding. So. Alles kein Problem. Da haben wir dann auch was, um unsere Munition auszugeben. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mit Treibstoffdepot. Ich war gerade echt am überlegen, noch eins zu setzen. Aber... Nö. Gerade erstmal nicht. Nö. Was wir mal machen könnten, ist hier mal zumachen. Dass die uns nicht von hier so ganz fies in die Seite drücken. Oh, so. Und dahinter dann auch nochmal den hier machen. Dann haben die auch was zu tun. So. Manpower-Mangel. Ganz viel Manpower-Mangel. Wo sind denn die? Die sind schon vorne. Wieso ist denn das eigentlich nicht uns? Wieso ist das nicht uns? Nö. Der ist auch durch. Jetzt machen wir den erstmal fit. Dann werden wir den mal versuchen, hier so ein bisschen Unterstützung zu geben. Aha. Guckt mal. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon die Problematik. Will aber auch nicht wirklich kämpfen. So wie ich das sehe. Ha. Na gut. Der will den jetzt aber trotzdem von hinten nödeln. Nee, will er nicht. Nee, er will sich eher zurückziehen. Hm. Na gut. Waren wir jetzt hierhin. Da ist er. Ja, doch. Er wollte ihn von hinten nödeln. Richtig geklappt hat's nicht. Aber wir können ihm nochmal ein bisschen Support geben jetzt. Ran, ran, ran. Bisschen die Deckung nutzen. Das wäre ganz gut. Aua. Okay. Die mit ihren Mörsern tun ganz schön weh auf Dauer. Vor allem ohne Granaten und allem. Da müssen wir mal echt... Boah, das sind echt viele. Das sind echt verdammt viele. Sammeln wir uns nochmal hier drüben. Hör zu, Kamerad. Ui, 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 ui. Hm. Bin mir jetzt grad nicht sicher, wie wir da jetzt grad gegen angehen sollen. Ah, ich würd sagen, da oben erstmal kurz gucken. Ah, ein bisschen flankieren hier, wär schon geil. Kommt schon. Kommt schon. Hier macht nämlich gut Schaden. Fokus. Granate irgendwie. Nee, er will nicht. Ah, das war ganz gut. Die Unterstützung hat er ganz gut gebrauchen können. Oh, der hat schon Panzerjäger hier. Äh, ja. Genau die falschen. Tolle Wurst. Ah, nochmal eine Granate werfen. Ah, da läuft er genau rein. Oh, schade. Schade. Ah, weiter ballern, Jungs. Weiter ballern. Ihr seid die Stärkeren, eindeutig. Nun haben wir leider gegen die nix. Jetzt haben wir was da. Ah, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Nein, nein, nein. Das tut zu sehr, Aua. Da müssen wir noch ein bisschen gegenhalten. Joa. Abwarten, Tee trinken hier gerade. Abwarten, Tee trinken. Granate, bitte. Jetzt haben wir nämlich auch welche. Bewegt euch. Ihr auch. Aua. Okay, da müssen wir weg. Da oben ist noch einer. Ah, den hat er noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sehr cool. Star, sehr gut. Der ist festgenagelt. Der macht erstmal gar nichts. Plonk. Ah, komm. Versucht mal hinter ihn hinzukommen. Ah, das schafft er nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Egal. Weiter unterstützen. Abwarten, Tee trinken, heißt es immer noch. Oh. Das wäre jetzt böse geworden. Ah, da müssen wir mal auf den Punkt achten. Den müssen wir mal eben einnehmen. Den müssen wir mal eben holen. Und ich wette, er hat hier schon wieder irgendwo Bomben hingelegt. Keine Bomben. Interessant. Keine Bomben. Interessant. Interessant. Ah, zieht sich zurück. Wenn wir den jetzt noch erwischen könnten, wäre geil. Na. Oh, da kommt jetzt aber auch schon wieder eine Horde an. Meine Güte nochmal. Das ist zu viel. Da kommt auch nicht ran der Sack. Da oben. Oh, da ist ein Panther. Da ist ja sogar schon ein Panther. Ei, der Witzker. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ein bisschen auf unser HP achten hier. Ei, 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 ei. Okay. Aber wir sammeln trotzdem Manpower an aktuell. Und es fehlt noch ein bisschen Anti-Panzer hier. Da kommt er schon wieder. Kommt schon, kommt schon. Jetzt, haha, er schießt nicht mal auf uns aktuell. Mit der Einstellung. Mit der Einstellung. Jetzt aber. Blonk. Okay. Ja, komm schon wieder Gegner ist. War ja zu erwarten. Dass die auch nicht lange auf sich warten lassen. Ah, Granate. Flieg und Sieg. Ach, auch nicht. Okay, okay. Einmal neu sammeln hier. Ah, solange wir hier noch weiter quasi das so durchziehen können, ne. Ist ja eigentlich alles okay für uns. Hallo. Na. Du magst uns doch. Das weiß ich. Tööö. Naja, da kein Bock drauf. Komm hier in Nahkampf. Findet er nicht gut. Verstehe ich ja nicht. Naja. Na, einen Krupp sollten wir hier lassen. Okay. Können wir den mal irgendwie angehen. Na. Ne, so wird das nix. So wird das nix. Schade. Ah, doch. Wir haben ihn gepinnt gekriegt. Wir haben ihn gepinnt gekriegt, aber wir kriegen ihn so nicht. Gegen dem scheiß Teil da hinten. Ah, ist okay. Ist okay. Oh, immer noch so eine Artie. Immer noch so eine nervige Artie da, ne. Alter, die sind immer noch am Bauen. Äh, sperren die sich gerade ein? Ich glaube, die sperren sich gerade so ein bisschen ein. Äh. Nicht so gut. Da, 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 da. Ups. So war das eigentlich nicht gedacht. Kommt ihr da mal wieder raus? Danke. So, was ist jetzt mit euch? Ja, ihr habt euch eingebaut. Okay. Ja, gut. Dann müssen wir uns mal einmal frei basteln. So. Da ist ein Panzer. Können wir den mal irgendwie aufs Korn nehmen. Genau. Ah, sehr schön. Das ging noch gerade schneller als gedacht. Joa, schwerer Panzer. Incoming. Ich hoffe, dass wir mal wieder dazu kommen werden. Das tue schon wieder so aus, als wären wir da eventuell nicht zu kommen. Oh, kommen wir da nicht raus? Doch. Nein. Komm schon. Okay. Dann wollen wir mal hier den machen. Ordentlich Damage. Dum, dum, dum. Und eigentlich können wir das Ganze mal ein Stückchen ranholen. Das scheint ja gar nicht angreifen zu wollen. Alter, willst du mich verarschen? Weißt du, wie du mir gerade auf den Sack gehst damit? Und zwar richtig massiv. So. Ich hole jetzt nämlich die Schnauze voll. Hau rüber da. Okay. Jackson ist in Gefahr. Und zwar übelst in Gefahr. Uiuiuiui. Mehr Glück als Verstand. Oh. Das hat ihr getan. Das hat wehgetan. Der hat gut gesessen. Oh. Und wir haben noch nicht den Rückzugspunkt angehabt. Scheiße. Okay. Das war jetzt ärgerlich. Der war gut. Der war wirklich gut. Jetzt hängen wir auch gerade ein kleines bisschen hinterher. Das war jetzt echt teuer. Naja. Egal. Jetzt müssen wir erst mal eben im Moment abwarten. Bevor wir hier irgendwas machen können. Und so fängt er sich dann auch nochmal einen kleinen Moment. So Jungs, wo seid ihr? Eieiei. Braucht noch eine ganze Weile. Risiko. Bisschen Risiko gerade. Ah, geht so. Ah, hat es nicht gecheckt. Finde ich gut. Ah, jetzt sind unsere Jungs endlich da. Boah. 14 Mann zum Nachrüsten. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. So Jungs, mal ein bisschen ran. Dürft das schon einnehmen. Erlaube ich euch schon. Ah, guck mal. Der Jackson könnte doch da nochmal. Eventuell. Ne. Gar nicht. Dann schießt er halt auf Infanterie. Hm. Da gehen wir nochmal ran. Badabum, badabum, badabum. Ne. Okay. Dann nicht. Ah, die sind immer noch am Laufen. Wahnsinn. Ah. Ja, Manpower. Wie konnte das nur sein, dass Manpower das Problem ist? Das verstehe ich jetzt ja gar nicht. Also das ist, das ist, ne. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ha, Scheiße. Ah, vielleicht hätten wir den Ranger-Trupp nicht holen müssen. Sollen. War ja ein bisschen überflüssig. Egal, wir bleiben jetzt mal einen ganz kleinen Moment hier stehen. Lassen ihn mal einen Moment ein bisschen ticken. Ist okay soweit. Hier haben wir zu. Der kann uns gar nicht in den Nacken fallen. Alles in Ordnung. Jetzt will er angreifen. Jetzt gehen wir auch wieder ran. Jetzt gehen wir auch wieder ran. Was kostet er? 125. Hm. Okay, das hört sich noch schlugger an. Da geht die ran. Da geht die ran. Okay. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Bisschen aufgefächert aufstellen. Was? Der Panther? Ganz oft. Okay. Und es sind auch einige. Ich will jetzt meine Truppen hier nicht sinnlos verheizen. Wir warten jetzt einfach noch einen Moment. Zwei Mann, drei Mann verloren. Okay. Ah, ist egal. Ah, ich sollte jetzt einfach einen kleinen Moment abwarten. Einen kleinen Moment abwarten. Komm schon. Ah, er will unbedingt die Truppen haben. Na, alles gut. Na, er kann sich nicht entscheiden. Er weiß gerade noch nicht so recht. Ich habe Schiss, dass die Schlucker gleich kommt. Ehrlich gesagt. Da wird auch gleich was kommen. Auf jeden Fall haben wir Panzer. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wir haben hier 50 Punkte. Okay. Hm. Einmal nochmal alles zurückziehen zum Heilen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Okay. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also momentan möchte ich eigentlich hier weiter gegenhalten. Aus mehrerlei Gründen. Oh. Das war jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz so cool. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein. Sollst du es nicht übertreiben? Oh, jetzt haben sie aufgegeben. Oder wollen aufgeben. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nicht da so blöd reinlaufen. Kommt schon, Jungs. Oh. Was hat wir getan? Was war das? Das waren die Raketen auch. Ja, plus Panzer. Aber ist okay. Ja, ist okay. Das kriegen wir noch gegengedrückt. So, jetzt müssen wir uns ganz schnell bewegen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Genau, perfekt. Ich habe das nicht mehr richtig getroffen. Oder quasi gar nicht getroffen. Aber wirklich gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Einmal auf alles schießen, was ihr seht. So. So. Geht ran da. Ran da, ran da, ran da. Ah, läuft, wa? Läuft. Läuft, läuft. Drücken sie doch auf jeden Fall wieder weg. Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist, wie wir hier den Angriff gescheit machen sollen. Aber wir müssten noch mal angreifen da. Sonst werden wir hier nicht vorwärts kommen. Ich glaube, das ist ihm auch ziemlich klar. Ich schieße mal da hin. Gucken wir mal. Ha. Einfach mal was getroffen. Finde ich witzig. Nö, nö. Ich lasse mich nicht von dir artillerisieren. Zieh mal da hoch. Einmal spaßes halber. Hm, aua. Das war jetzt ein bisschen doof. Hallo? Wieso schläfst du da jetzt so? Okay. Hm. Ja, wir müssen halt immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Das ist echt ein bisschen blöd. Hm. Okay. Da steht zwar gar nichts mehr, aber... Wenn du meinst, dass du da hinballern musst... Äh... Das ist gar nicht schlecht hier. Die Position. Die Position ist echt nicht schlecht. Jetzt können wir den noch mal ein bisschen was reindrücken. Der wird repariert. Der steht da auch ganz gut. Ah, gegen die setzt er sich nicht durch. Okay. Jetzt bin ich mir aber immer noch nicht sicher, wie wir da den Angriff starten wollen. Okay, das hört sich nicht gut an. Einmal nochmal hier rüber. Oh. Die hat er irgendwie... gesehen oder er hat es geahnt. Er hat es geahnt. So wird das aber nix mit uns hier. So wird das nix mit uns. Wir werden jetzt mal das Ding bauen. Verziehst du dich nochmal eben. Okay. Truppen. Okay, 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 okay. Ja, ich... Ich will im Moment nicht... Sinnlos unsere Jungs verheizen. Okay. Was ist da? Panther. Hm. Dann müssen wir mal einmal unsere Jungs hier rüber schicken. So, wir werden jetzt mal kurz gucken. Dass wir den mal einmal kurz weghauen. Das wäre vorzüglich. Dankeschön. Einmal das Ding einnehmen. Kommt schon. Einmal wegbringen. So. Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Weiter, weiter, weiter. Ah, so weit, so gut. Was wir auf jeden Fall nochmal machen müssen, ist hier den Bunker hinsetzen. Dass wir hier nicht gestört werden können. So. Wo sind die denn jetzt? Ah, guck mal da. Den können wir natürlich auch nochmal hops nehmen. Wenn wir schon gerade dabei sind. Okay. Das war jetzt nicht so schön. Hm. Na gut, hauen wir mal das Gebäude weg. Boah, boah, boah. Ah, ich habe gerade echt ein bisschen Panik. Muss ich sagen. Ah, wäre super, wenn ihr die denn mal einmal wegräumen könntet. Wo ist denn jetzt dieser blöde Tiger hin? Hm. Egal. Da ist unser Mörserpanzer ja schon. Da ist er ja schon. So, Jungs. Könnt ihr den nochmal irgendwie... ...ärgern? Du musst auf jeden Fall danach nochmal dich verziehen. Wo ist der Bunker? Da. Fuck. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da habe ich jetzt auf den Jackson nicht aufgepasst. Ah, du kannst mal die Waffe mitnehmen. Wenn du das schaffst. Okay, verzieh dich nochmal. Genauso wie ihr. Ah, Bunker, Bunker, Bunker. Seht zu. Seht zu, seht zu, seht zu. Okay, jetzt wird's, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's wirklich gefährlich. Einmal ein Stück verpieseln. Tu dich auch. Ei, 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 ei. Ah. Bunker steht aber zum Glück noch. Toi, toi, toi. Haben es geschafft. Puh. Das war jetzt aber echt haarig. So, wo ist denn unser Panzer? Der steht da hinten. Ah, 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 ah. Und du mal wieder da raufhalten. So. Toi, toi, toi. Was liegt denn da? Eine Browning. Die nehmen wir doch gerne mit. Danach verziehst du dich wieder. Aufgebaut, aufgebaut, alles gut. Ah, Panzer. Komm mal rüber hier. Brauchen dich hier mal. Ne, da brauchen wir dich. Da brauchen wir dich. Und da oben. Komm auch mal die Truppen hin. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Was? Wie? Wo? Wann? Da sind wir voll reingefahren. Schieß. Treffer. Vor allem Hecktreffer mit dem Ding. Auch geil. Schieß. Dammit. Ah, fuck. Da habe ich gepennt. Da habe ich gepennt. Schade. Schade, 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 schade. Da habe ich echt gepennt. Ich hoffe, dass er das da unten jetzt auch hinkriegt. Sollte er aber eigentlich. Das Ding ist noch nicht fertig. Komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Ah, 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 ah. Was ist denn da? Da müssen wir noch mal hin. Oh, oh. Oh, oh. So nicht, meine Freunde. So nicht. Wow, das sind aber ein paar mehr Truppen. Alter Schwede. Und wir müssen auf volle Kante durch. Das ist... What? Ui, dreht da noch seine Kreise. Aber egal. Das Spiel ist rum. Ui, 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 ui. War doch aber irgendwie ganz witzig. Das Spiel. Also ich fand es ganz okay. War jetzt nicht unbedingt das Spannendste wahrscheinlich. Aber es war in Ordnung. So. Ja. Was sagt die Punktekarte? Das wäre jetzt das nächste Interessante. Wenn sie denn mal irgendwann kommt. Dum-di-dum-di-dum. Lässt sich mal wieder ein bisschen Zeit. Da ist er. Die Schützen. So, so. So, so. So, so. Okay. Apple Water hat ganz gut Damage gemacht. Und Esteban. De La Sex Monstro auch. Oh, wir haben alle relativ gut verteilt. Schaden gemacht. So, so. So, so. So, so. Bis die eine Stuka noch so gut getroffen hat. Also hätte die uns nicht erwischt. Dann hätten wir, glaube ich, gar nicht so viel Panzer. Äh, Panzer. So viel Infanterie verloren. Aber mit unserem Panzer war halt ein bisschen blöd. So ist richtig. Naja. Aber trotzdem. Schönes Spiel. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Also, bis denn.